Die knöpfen wir uns noch vor... Hallo! Ich hier, wer dort? Ich bin der Emil vom Transport. Alle gericht da auf und zack, zack, zack! Komm, verschwindet sie! Du auch! Mach'n Schuh! Hopp! Weißt du, meine Viecher in Ruhe? Das sind meine! Du Affe! Jetzt streitet man sich schon da um die Zombies. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Stein. Äh, hüpfe, 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 bunny-hups... Ja, ähm... Ey, ihr! Ja, kommt her! Ihr werdet sterben! Allesamt! Bleib doch mal hier jetzt! Ey, du! Ey, du, bleib doch mal stehen! Du stirbst, wenn du da hingehst! Nein! Ich hab' nicht gewarnt! Du wolltest nicht hören! Äh, hab' ich jetzt eigentlich... Wo hab' ich denn jetzt überhaupt... mein, 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 mein Maus-Ding ist hier! Hä? Äh... Deputy Annie! Da haben wir's doch! Deputy Annie! Ach, die Alte ist auf'n Dach! Tch! Mensch! Sag' mir doch was! Ich will auch so'n Raben haben! Ey, Deputy! Sie haben mich total erschreckt! Dabei dachte ich, dass mich so schnell nichts mehr erschrecken kann! Ja, macht er nix! Komm' hier, mach' mal hier! Ähm... Hauptmission! Annehmen! Ähm... Los! Mann! So was gab's in den Polizeiserien früher nicht! Ein Pay-TV vielleicht! Bei den Networks nie! Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber... bevor dieser verfluchte Nebel kam, war Kingsmith ein verschlafenes Städtchen! Damals gab's hier nichts stärkeres als ne heiße Tasse Kaffee und Schoko-Donuts von Susies! Hehehe! Manchmal Trunkenheit am Steuer oder häusliche Gewalt! Menschenopfer! Tja, jeder Stadt hat ne dunkle Seite! Was? Wie es aussieht, stehen uns dunkle Zeiten bevor, hm? Deswegen brenne ich ja eines Helleres! Und Schlimmeres übernehmen die Stadt! Wir sitzen hier, hoffen, das ist alles nur ein böser Traum, aus dem uns der Duft von gebratenem Speck und Ahornsirup weckt! Aber wenn nicht bald jemand etwas unternimmt, weckt uns höchstens der Gestank von verfaultem Fleisch! Braucht nicht noch was, das mich an meinen Dad erinnert! Halloween weckt alte Erinnerungen, ne? Okay, gut! Äh, die gefräßige Horde rund um das Büro des Sheriffs töten! Und was gibt's hier? Munitionskiste? Schön! Bericht senden! Ja, dann senden wir Bericht! Dient dem Kauf von Waren vom Rat des Wenners nicht! So, wieder ein paar Erfahrungspunkte dazu bekommen! Schön, 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 schön! Gehen! Da! Wollen wir mal ein paar Viecher töten, ne? Ich kniff mir die da oben im Auto vor! Ich denke, um die wird's gehen, ne? Oh ne, die hier! Hey Leute, wie geht's denn so? Allzeit bereit! Immer bereit! Jawoll! Verpiss dich! Alte Donner! Hier! Du auch! Mach'n Abgang, man! Du nervst! Gesterben! Bring'n mir was mit! Okay! Und die nächste gefräßige Horde ist da! Drüben am Zauern! Gefunden! Und die nächste gefräßige Horde ist da! Drüben am Tauern! Und die nächste gefräßige Horde ist da! Oh, wer retten wir denn hier nachher? Dankeschön! Hopp! Hallo! So! Zur nördlichen Barrikade gehen. Okay, ich gehe zur nördlichen Barrikade. Ähm... Die ist da hinten. Was wollt ihr denn hier von mir? Wenn ihr im Erfolg sterbt, dann sowieso. Alter, nervt mich jetzt nicht, Mann! Komm, sterb! Und du brichst jetzt die volle Packung. Pass auf! Hier, Feuer! Zunder! Und du... Wie? Da kommt etwas! Was? Sie entfernen sich zwar vom Kampfgebiet? Was vom Kampfgebiet? Diese Zombies zerlegen die nördliche Barrikade! Wo denn? Ich bin noch da! Hier sind noch keine Zombies! Zombies greifen von Norden an. Von da! ан Are you gonna?! In propoself... vi... Jetzt sind viele für uns. Jetzt ist noch ein Recht. Geist! Geisterben, 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 da-la-la, Geisterben, Geisterben, da-la-la-la. Und jetzt? Zu Deputy Jackson zurückkehren. Hey, Jackson! Diese Zombies zerlegen die nördliche Barrikade! Ja, da komm ich doch gerade her, sag mal. Willst du mich verarschen? Gut denn. Ah, da hinten. Guck, 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 guck! Sie müssen vor Ihnen bei der nördlichen Barrikade sein! Sie müssen vor Ihnen bei der nördlichen Barrikade sein! Ja, wie oft denn noch? Wollt ihr mich flachsen, oder was? Zombies greifen von Norden an. Ja, so schön. Da ist Norden. Ja, wo denn? Sie müssen vor Ihnen bei der nördlichen Barrikade sein! Ah, hier ist klar. Schon gesichtet. Kommt, meine Bubbel, ey! Ihr kriegt alle eins ab! Los! Der will, der will, der hat noch nicht. Hier ist der Spaß, hier geht es rund. Sie sollten versuchen, sie an der nördlichen Barrikade aufzuhalten! Oh, Nachschub! Hello, meine Freunde! Come on, hier kriegt alle was ab! Los! Diese Zombies zerlegen die nördliche Barrikade! Ja, 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 ich bin ja da! Ich bin ja da! Alles haltet! Oh! Es gibt noch mehr Ärger! An der südlichen Barrikade! Ach ja! Ja, dann rennen wir doch den Handeln mal hinterher zur südlichen Barrikade, ne? Alles dann da draußen! Hier ist dann die südliche Barrikade, ja? Ich bin da! Zombies greifen aus Süden an! Äh, wo Süden? Da Süden. Wer kommt her? Ja, wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Sie kommen jetzt von Süden! Yeah, Mann, hallo! Es gibt noch mehr Ärger! An der südlichen Barrikade! Ja, ich bin auch an der südlichen Barrikade! Das ist schon gut! Da kam! Mann, alter! Aber schön kräftig hab's gemacht! Mal und so! Ja, ja, ja! Und was? Ja! Richard! Ja! Ja! Es ist so gut! Sie reißen die südliche Barrikade in Stücke. Wo denn? Ich bin doch da. Ist doch alles in Ordnung. Wir machen die schon weg. Keine Angst. Hier, ähm... Wie das? Was? Irgendwas kann ich grad nicht machen. Macht jetzt ja. Wir haben die untoten Horden wieder für einen Tag zurückgedrängt. Oder zumindest für 5 Minuten. Erstmal hier was einsammeln. Loot gibt's ja hier nicht allzu viel. Oh, was gibt's denn hier? Basisfeuer, Fertigungskomponente, Fertigungsmaterial, Fügt Objekten, Angriff und Struktur hinzu. Was ist das? Basismetall. cool gelten immer natürlich auch ja gehen wir mal zum nächsten dingen sind sie ja zum nächsten punkt auch haben wir einmal so angekommen damit man abgang die dicke wumme Was, ein Heilungszauber wäre vielleicht mal nicht ganz schlecht. Und da kommen die nächsten. Applaus, Applaus, hallo. So, nehmen wir uns den nächsten vor. Okay, da ist was Großes. Komm, Aschi klein weg. Komm, Aschi klein weg.